Okay, die Begriffe zur Meditation. Und vorweg nochmal dieses T-E-U-L, dieses E-U und auch hier bei G-E-U-K, das E-U, das wird ausgesprochen Ö. Nicht OI, sondern Ö. Okay. Chon, der Himmel. Ji, die Erde. In, der Mensch. Hab, Vereinigung. Till, Drehung. Kyk, Beherrschung. Mu, Ruhe. Chon, chon. Ji, ji. In, in. Hab, hab. Till, Till. Kyk, kyk. Mu, mu. Chon, ji. In, hab. Till, kyk, mu. Chon, ji. In, hab. Till, kyk, mu. Cho-jong. Also, ich bin.